Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Lichtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen vor dem schlecht bewertetsten McDonalds in ganz Wien. 68 Bewertungen und 2,3 Sterne von 5 auf Google. Und diese McDonalds Filiale befindet sich direkt rechts vor dem Eingang des Wiener Hauptbahnhofs. Wir werden nach diesem Video auch eine Bewertung dalassen. Jetzt gehen wir erstmal zu ein paar Bewertungen. Dieser Ort war schlimmer als die Hölle. Personal, inkompetent und sie haben mich um 3 MS bestohlen. Was sind jetzt 3 MS? Cheeseburger schmeckt wie das Flexklo riecht. Lieber esse ich die Steine von den Gleisen als diesen Fraß. Dort stinkt es bestialisch nach Kanal. Am besten irgendwo anders hin. Egal was. Eines meiner absolut Lieblingsbewertungen ist einfach nur, wo ist mein Essen? So Bro. Ich würde sagen, Bewertungen kann man so zwischen 60 und 70% ernst nehmen. Natürlich gibt es deutlich mehr negative Bewertungen als positive. Ja, es ist nicht die sauberste Gegend, aber hallo, wir befinden uns am Wien Hauptbahnhof. Die zweitgrößt deutschsprachige Stadt der Welt. Ich würde mal sagen, wir gehen rein und bestellen mal was. Die Frage ist, was bestellen wir uns jetzt an diesem Terminal? Also ich persönlich, um die Qualität sicherzustellen, werde ich auf jeden Fall mal hier essen. Werde ein Double Cheeseburger, 3,50 Euro. Um happy zu sein, muss man eigentlich ein Happy Meal nehmen, ist das richtig? Oha, hier gibt es ja kein Spielzeug. Man kann ein Überraschungsspielzeug nehmen. Ich persönlich hätte am liebsten den hier. Wir gehen ja mal auf Überraschung und schauen, was sie uns geben. Das fließt nämlich alles in meine Bewertung mit ein. Wie gut kennen die mich bei McDonalds? Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Minuspunkt gefunden. Die Eismaschine ist kaputt. Tischteffes wird auf jeden Fall auch in Anspruch genommen. 2, 4, 1, schluss. Das Bestellterminal hat meine Quittung nicht ausgedruckt. Danke. So, Bestellung ist gemacht, ladies and gentlemen. Ich muss kurz Hotspot geben. Hier ist no Wi-Fi, right? No, it's not perfect. Did you notice, that this one is the baddest reviewed McDonalds in Holenburg, Vienna? Worst, worst reviews. No, I don't know. How did they treat you? Good or bad? I feel like they don't care. Come on, yeah. Geil. Search for Randy's iPhone. Yeah. Hello. Hi. Danke. Ich wollte eigentlich einen Timer laufen lassen, um herauszufinden, wie lange es dauert mit dieser Bestellung. Ich habe dort bestellt. 2 Minuten später haben wir hier stehen, was wir hier stehen haben. Es gibt so eine Sache, die sich sehr, sehr heftig durch die Reviews zieht und das ist folgende. Toilette, 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 Toilette. Man kann anscheinend nicht kostenfrei hier auf Toilette gehen, obwohl man Kunde ist. Ich habe mir die most random Sachen bestellt. Wir haben einen Double Cheeseburger, wir haben zwei Gurken in einer Plastikpackung, wir haben ein Spielzeug. Mit was haben sie mich überrascht? Fruits und wir haben einmal Fira Nuggets. Dazu, das hier ist unumstritten die geilste Soße, die ich kenne. Fast Food-wise, ja. Pommes gut. Eine Dame hat geschrieben, ihr Cheeseburger war komplett widerlich und ekelhaft und kalt. Mein Cheeseburger? Was sagen wir dazu? Ich bin euch ehrlich, der Cheeseburger, schaut euch mal den Deckel an, sieht super aus. Der Boden, bisschen gartig, bisschen knusprig. Innen, esst die Gurke nicht vergessen. McDonald's ist eine Fast Food-Kette und jeder, der hierher kommt und Sterne essen erwartet, hat die falschen Ansprüche. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Burger hat noch nie echtes Fleisch gesehen, von wegen echten Käse. Ich bin absolut happy. Absolut happy. Ich weiß auch nicht, was ich mir hier gedacht habe. Ladies and Gentlemen, schaut euch diese wunderschöne Farbe an. Wir nehmen ein ganz kleines Nugget. Wenn ich jetzt hier sage, ja, das Nugget ist nicht mehr so perfekt warm und die Panade ist nicht so geil. Bro, ich sitze bei McDonald's. I don't give up. Das schmeckt nach Kindheit. Die Dame kam gerade schon das dritte Mal raus, seitdem ich hier sitze, die jetzt hinter mir ist, und hat gerade wieder eine Kundin gefragt, ob sie schon fertig ist, ob sie den Müll mitnehmen soll. Mir ist Müll am Boden gefallen, direkt aufgehoben. Daumen hoch. Daumen hoch. Für diesen schlecht bewertetsten McDonald's in Wien. So schlecht ist es anscheinend nicht. Der einzige Minuspunkt gerade ist das WLAN. Aber es ist doch nicht den hier ein Problem. Ich weiß auch nicht, ob das nicht der einzige McDonald's der Welt ist oder Österreich, wo es Minigurken gibt. Game-Changer. Game-Changer. So, Ladies and Gentlemen, wir haben ja aufgegessen. 916 Kilokalorien hatte das alles, was ich gegessen habe. Geil. So, das mit der Toilette war natürlich ein Fail, aber es gab noch ein Review, das ich euch vorlesen wollte. Gestern am Vormittag habe ich beim Maccafé unter anderem einen Donut gekauft. Und als ich ihn später essen wollte, keine Chance. Kalt und steinhart. Na gut, lasse ich ihn warm werden. Stunden später, immer noch steinhart. Damit hätte ich jemanden erschlagen können. Eine Frechheit. So was noch zu verkaufen. Falls ihr jetzt ganz genau aufgepasst habt in diesem Video, dann solltet ihr mitbekommen haben, dass ich einen Donut gekauft habe. Denn als ich euch den Tisch von oben abgefilmt habe, lag da diese Maccafé-Tüte. Das ist jetzt gut 15 bis 20 Minuten her. Wir haben gegessen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause und dann probieren wir dort noch diesen leckeren Donut. Last but not least, was für ein Spielzeug haben wir, Ladies and Gentlemen. Okay, wir haben trotzdem einen schönen, aber nicht den, den wir wollten. Wie heißen diese Figuren nochmal? Danke trotzdem, McDonald's, für diese Überraschung. Als jemand von den Leuten dabei ist, der diese schlechten Reviews abgegeben hat, geht doch einfach in diese McDonald's. Drei Minuten entfernt. McDonald's, it's time to shine. Gebt jetzt gerne eure Bewertungen von diesem McDonald's unten in die Kommentare rein. Nach dem Outro werdet ihr noch meine Bewertung sehen. Bis zum nächsten Mal.